Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Killzone Shadowfall und ich würde sagen, wir starten jetzt. Ich muss gestehen, dass ich mal nachgeschaut habe, wie man das am besten macht und da es gab es als Tipp eben. Ich muss noch ein bisschen in die Töckung gehen, aber ich muss noch ein bisschen in die Töckung gehen. Ich muss noch ein bisschen in die Töckung gehen. Nee. Oder kommen noch andere vorbei. Aber zum Beispiel. Und wieder Deckung, 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 Deckung. Ich hab gesagt Deko. Ah, gut. Perfekt. Wo hast du das Ding fallen lassen? Oh, ist nicht dein Ernst. Es ist nicht dein Ernst. Es ist für dich dein Ernst. Ah, verdammt. Ja, Probl. Mein letztes Adrenalinpack. Das ist für dich dein Ernst. Das ist für dich dein Ernst. Ja, das ist für dich dein Ernst. wieder entdeckung nein 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 ich lasse das nicht zu nein aber was was schießt denn dann wenn er auf mich noch die fischer man ja ist ja gut kommt da kommt das war bis zu wo sei dir das ist knapp vorbei ist auch daneben komm her, komm her, jawohl, Nummer 1 Nummer 2 Nummer 2 Okay, vergessen wir das. Gut. Wo müssen wir jetzt lang? Wo müssen wir jetzt lang? Ich denke mal, dass wir schon hier rüber müssen. Was ist hier so? Okay. Okay. Was? Alter, habe ich mich jetzt gerade erschrocken? Wow. Kommt da jetzt noch mehr? Ah! Nein, nein, nein. So ein kleines hackt das Ding mal. Okay. So, wo muss ich weiter? Stimmt hier. Ich will mal ein bisschen scannen. Oh, eine Tür öffnen. Boah, 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 alter Schwede. Alter. Ah! Ich hoffe, ich muss hier lang. Oh, nee, was ist das denn da schon wieder? Was ist das da hinten? Oh, nein. Nein, 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 nein die gehen hier weiter ja ist ja gut dass man ich gehe mal so lange entdeckung ok es wird schon besser wo ist dieses vier wo ist das Ach, das ist wieder so ein Mörderteil. Ach, Mann. Ach, Mann, ey. Nein, 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 nein! Oh, fuck. Ach fuck. Aaaaaah. Mann, 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 Mann. Kampfer, sind Sie okay? Kassel kam. Gehen wir weiter. Wir sind ganz in der Nähe der Absturzstelle. Isari war jünger als ich heute bin, als ihre Hände zerstört und ihr alles genommen wurde. Ich kann euch nicht vorstellen, wie das gewesen sei. Was? Dann bist du mal weg. Super, dass ich jetzt keine Munition mehr habe. Äh. Gehen wir auf die Zäuben. Nein, 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 nein. Ja, ist ja gut. Das werde ich nicht überleben. Das werde ich nicht überleben. Das werde ich nicht überleben. Nein, 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 nein. Scheiße. Das war knapp. Seien Sie vorsichtig. Geben wir weiter. Wir sind ganz in der Nähe der Absturzstelle. Wir sagen überwinden, als ich heute bin. Als Ihre Heimat zu dir alles genommen wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss. Das ist doch irgendetwas. Gut, dann würde ich mal sagen, das war scheiße. Ach, verdammt, da ist noch irgendein, da ist ja noch ein zweiter. Ist da irgendwo noch so ein Schuh? Zum Ding hatte ich schon mal... Ah, hier ist Munition ohne Ender. Okay. Oh mein Gott. Was ist das? er kommt zurück er war jetzt ausgeschaltet das kann man eine ganze weile so machen man das nervt das zu sein wahrscheinlich wieder diese dinge ausschalten Da ist doch schon einer drinnen, oder? Okay, den behalte ich jetzt einfach mal. Es ist bestimmt irgendwo noch ein... Oh, oh, er hat noch so ein Vieh. Nein, ihr geht weg, ihr geht weg. Kommen die denn her? Da oben. Ach, das ist wieder so ein Mörderding. Ja, mach nur, schieß nur rum. Ach, das sind die fliegenden Dinger. Wo ist es hingeflogen? Wo ist es hingefallen? Oh, kann doch nicht wahr sein. Wo ist es hingeflogen? Wo ist es hingefallen? Na, komm. Na gut, aber ich sehe gerade die 20 Minuten wieder um. Ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, dann wieder die Daumen nach oben. Ansonsten schreibt es mir hier in die Kommentare. Und schaltet bitte morgen wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Killzone Shadow Fall mit mir, dem Sascha. Und bis dann, tschau.